Ja, großes Thema in Deutschland ist gerade Handball-WM, die wirklich beeindruckenden Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Florian, ist Handball ein Sport, der dich begeistert, für den du dich interessierst und kannst womöglich sogar Erkenntnisse, Aspekte für die eigene Arbeit daraus ziehen? Das letzte, das wäre, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Grundsätzlich kann man, glaube ich, aus jeder Sportart was sehen, aber da ist der Handball doch dem Fußball ein bisschen fern, sowohl vom konditionellen Profil her als auch von der Spielweise her. Aber es fasziniert mich schon. Also ich bin auch einer von denen, die dann Abend für Abend am Fernseher sitzen und versuchen, das zu sehen. Ich finde, Handballspiele sind unheimlich spannend, unheimlich intensiv und kann jederzeit hin und her kippen. Und ja, toll, was sie leisten, mit welcher Intensität sie das machen. Jetzt mussten sie ja leider eine sehr schwere Verletzung hinnehmen. Und ja, trotzdem drückt er die Daumen fürs Halbfinale und hoffe, dass der große Wurf gelingt. Aber der Eindruck von außen ist, dass sie auf einem sehr guten Weg sind und macht Spaß.